Stadt TV. Kulturell, interessant, wissenswert. Das Beste für Bad Hersfeld. Das Musical wird Ihnen präsentiert von Studium Plus, dem dualen Studienprogramm der Technischen Hochschule Mittelhessen. Wie lautet unser momentaner Kurs? 281 Nord-Nordwest, Sir. Kurs, beibehalten Steuermann. Aber nur die Jungfernfahrt schafft es in die Schlagzeilen. Verdammt nochmal! Und ich habe vor, mit dieser hier eine Legende zu schaffen. Eiswarnung von der Coronian. Schon wieder eine. Sie haben einen großen Eisberg gesichtet. Breite 41,50 Nord, Länge 59,42 West. Kurs, steh mir bei in Wasserfluten. Lenke meinen Geist und Sinn. Und klang der Wreck. Time. Welt. Captain, es kam eine weitere Eiswarnung, Sir. Die Mesaba meldet einen großen Eisberg 42 Grad Nord. Da draußen ist eine neue Welt, Mrs. Strauss. Und ich behaupte nicht, dass ich Sie verstehe. Eisberg direkt voraus. Danke. Ruder Hartz-Steuerbord. Hartz-Steuerbord. Ei, 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 Sir. Maschinen, volle Kraft zurück. Volle Kraft zurück, Sir. Oh, so ein Wreck ist, wenn man auf Beck ist. Einfach nochmal so schön. Können wir doch mal sehen, wir fein euch zu keck ist. Und gleich von Beck ist, wenn wir ans Tanzen gehen. Keine Zeichnung in der Schuhe, im Eck ist, kommt gut, das Eck ist da schon eine Phänomäne. Ja, dann hilft kein Fläden, im Werkzeug können wir nicht widerstehen. Wir sind Steuerbord mit einem Eisberg kollidiert, Sir. Wir kennen das Ausmaß des Schadens noch nicht, aber ich habe mir die Freiheit genommen, die Passagiere wecken zu lassen. Folgen Sie mir bitte! Was ist denn? Wer weiß was? Das Schiff hat angehalten. Was gibt es? Wer sinken, Mr. Ismay. Unsinn. Nicht einmal Gott könnte dieses Schiff versenken. Ohne dich weiterzunehmen, auf keinen Fall. Ida! Da, wo du hingehst, da gehe auch ich hin. Geh sie hinein, es ist zu weit. Mandy, bitte steig in dieses Boot ein. Es war unser Boot, ist das von Ex-Dos. Es gibt da einen neuen Notruf. SOS. Er wird bisher kaum verendet, aber er ist leichter zu entziffern als C.J.D. Und ich denke, vielleicht könnte er... Versuchen Sie an das, was Sie wollen, Mr. Breit. Trinken Sie ein Glas mit, Mr. Etters. Später vielleicht, Sir. Ich muss mich um die anderen Herrschaften kümmern. Darf ich sagen, dass es eine große Freude war, Ihnen beiden all die Jahre auf all den Schiffen zu Diensten zu sein? Wie wenn wir uns so, wie du mein Herz rührst, so denk ich zurück. Sieh, als braut sich vor mir, füchtern und doch so froh. Hier spricht der Käpt'n. Ich gebe dieses hier verloren. Ab jetzt heißt es, rette sich, wer kann. Es gab nur 711 Überlebende. 1.517 Menschen haben ihr Leben verloren. Auch der Mann, den ich meinen Ehemann nenne. Und mein Mann. Und mein Mann. Und mein Mann. Und mein Mann. Innerhalb von wenigen Minuten war das größte bewegliche Objekt der Welt für immer verschwunden. Gott mit dir, möge ein Engel, dich behüten Tag für Tag. Gottes Himmel soll für deinen Schlaf die Decke sein. Gott mit dir, möge ein Engel. Gott mit dir, möge ein Ent inherently. Gott mit dir, möge ein Engel. Gott mit dir, möge ein believed. Toast Lief Und Gott mit dir, möge ein Engel. Es gibt, DER Dann sabe 該